Tabata, ihr kennt es, 2010, heute mal Fokus, erheblich, Fokus auf den beiden Lunches, das ist ein Hauptblock, würde ich sagen, wir starten mit dem Format, wie immer, machen wir uns erstmal locker, machen wir uns fahren, dann geht's richtig los. Ich starte den Timer, wir starten mit dem Skipping, erstmal die Herzbegrenze hochbringen, damit alles gut durchfusen wird, ganz locker hier die Arme mitlaufen lassen, ca. 90 Grad. Okay, dann gehen wir hier ins dynamische Hüftbeuge aufgehen, das heißt mit dem hier immer locker rein in die Bewegung. Gesäß ist fest, Bauch ist fest, und wir schieben immer leicht nach vorne, hutschen. So, dann werden wir den guten Zug spüren, dynamisch reichfedern. und lösen. Und das Ganze auf der anderen Seite nochmal, wieder in den Ausfallschrittspositionen. Po fest, Bauch fest, und federn. Wir schieben rein, federn in die Däne und warm werden. Okay, lösen. Dann gehen wir hier, locken das Boxen, und hier wieder leichten Skipping. Herzfrequenz nochmal hoch bringen. Immer die Füße locker abrollen. Mal richtig warm werden. Erhöhen nochmal die Frequenz ein bisschen. Zack. Und lockern. Gehen dann hier einmal auf den Boden in Rückenlage. Man gibt Hüftdebeln. Um auch gut das Gesäß zu aktivieren. Hochfest anspannen immer. Bauch ist fest. Ganz gezieltes Gesäß anspannen. Okay, und wieder auf. Gehen wir hier einfach für den Workout. Schulter schön stabil halten. Füße lang lassen. Oder so lange wie möglich, besser gesagt, dass wir noch eine leichte Dehnerung in der Oberschenkelrückseite gleich haben. Okay. Dann nochmal leichte Jumping Jacks. Also noch nicht so eine hohe Frequenz. Hier. Locker. Immer. Leicht runter. Frequenz geht weiter hoch. Das Blut bringt man zu gruppen. Muskeln werden warm. Okay. Gehen wir noch eine Runde locker in den Squat. Erstmal noch nicht so tief. Vor 90 Grad. Und gut. Druck auf der Ferse. Oberkörper aufrecht. Bis kurz vor die Strengung nach oben. Dann haben wir unsere Form ab und auch schon wieder die Start für heute. Kurz auslockern. Lüfte mal einen kleinen Schluck drinnen, wenn ihr wollt. Nie verkehrt. So. In unserem ersten Block, in unserem ersten Kraftblock, geht es erstmal um die anderen Körperregionen ein bisschen. Das heißt, wir fangen an mit dem Burpee. Ganz wichtig hier immer, dass wir, wenn wir in der Position stehen, den Bauch schön festmachen. Entweder hier dynamisch gesprungen, oder die langsame Variante. Bei der Liegestütze drauf achten, dass die Ellenbogen schön eng bleiben. Und dann würde ich sagen, erster Block. Let's go! Volle Power, schön dynamisch arbeiten. Und go! Stopp! Und zur Decke hochkatapultieren. Volga! Okay, dann geht's hier einmal in Bauchlage. Beine. B. Und das T. Schön zusammenziehen. Beim B immer ganz fest. Zusammen die Schulterblätter zusammenfressen. Fixieren. Bleiben gleich in der Position. Gehen über zur Liegestütze. Hände gehen ein bisschen breiter. Und wir gehen tief. Schieben uns wieder zur Decke raus. Alternativ auf den Knie. Ellenbogen eng lassen. Hände stehen weiter als Schulterbreit. Zur Decke raus drücken. Hände stehen. Dann gehen wir hier wieder in Bauchlage. Und gehen immer diagonal. Hand und Fuß ab. Im Rücken nicht richtig zusammenziehen. Zurück, ihr kommt. Hohes Bett. Okay. Erste Hälfte geschafft. Fertig. Zweite Runde. Volle Power. Und let's go! Exklusiv bleiben. Schön dynamisch. Und Vollgas. Bloß nicht langsamer werden. Let's go! Und wieder in die Bauchlage. Schulterblätter wieder schön fixieren. Und B. C. Do it! Wieder richtig zusammen. Machen wir fest. Komm schon! Mach dich sehr gut! Nach fünf Sekunden festmachen. Wieder zur Liegestütze. Daumen sind auf Herzhöhe. Ab in den Stück. Und kontrollieren. Wieder zur Decke raus schieben. Nach oben explodieren. Ellenbogen gehen kurz vor die Streckung. Und die letzte Übung von unserem ersten Block. Wieder diagonal zusammenziehen. Und festmachen. Zehn Sekunden noch. Dann mal alles raus holen. Schleiter Masch. Okay. Sehr schön. Erster Block geschafft. Wieder einen guten Schluck nehmen. So. Jetzt haben wir schon unseren Lunch Block. Und einmal machen wir hier den Lunch zurück. Geben wir eine Seite. Dann wechseln wir die Seite. Dann machen wir später Lunch nach vorne. Genau. Dann würde ich sagen. Ich starte den Timer. Gibt ab. In unseren Hauptbeinblock. Alles raus holen. Druck auf der vorderen Pferde. Let's go! Schön stabil bleiben. Druck immer schön auf der vorderen Pferde halten. Oberkörper auf rechts. Macht das ganze noch mehr Spaß. Okay. Und Seitenwäckchen. Versuchen so viel Gewicht wie möglich noch vorderen Fuß zu halten. Und let's go! Also langsam kommt was an, die Beine sind da, da geht was. Okay, jetzt das gleiche nach vorne, hier und wieder zurück, zurück. Und go. Wer mag, kann die Hände auf die Hände in den Kopf nehmen, dann ist es noch ein bisschen schwerer. Und wieder explosiv nach hinten rausdrücken. Und explodiert. Zack. Zeitwechsel. Erste Runde, Arme schon fast. Und let's go. Und wieder das ganze Gewicht auf den vorderen Fuß halten. Und zweite Runde. Kurzer Auslocker, wieder zurück. Der Mann darf jetzt noch exklusiv bearbeiten. Hier, hier, zu Leinersprung. Noch dynamischer das Ganze. Erste. Wählt eure Wandvariante. Hauptsache, wenn das Bein brest. Geht ans Limit. Arm und Ziel erreicht, Seiten wechseln, kurz ausschütteln, bereit machen, und let's go, volle Power, komm nochmal rein, Zack, explodieren, kontrolliert und explodiert, ok, nur nach vorne, packen wir auch noch, und let's go, erhöht die Frequenz, wenn möglich, lasst euch nach vorne gleich, und letzte Seite wechseln, gleich nochmals, let's go, macht euch nochmal ganz fest, nochmal Vollgas, wir packen das, Bauch ist fest, ok, und geschafft, kurz auslockern, stuprinken, so, dann gehen wir einmal, eine komplette Runde auf den Boden, machen hier einmal was für die Radung vor, und zwar, überkreuz können wir so das Bein, ziehen, soweit wir können, ja, hier, soweit wir können, ziehen wir das rüber, damit wir hier einen guten Zug in den Adoptoren haben, würde ich sagen, starten wir in die nächste Runde, und let's go, erstmal nur das rechte Bein, Bein lang lassen, und leicht über dem anderen Bein hochziehen, festmachen, festmachen, 5 Sekunden noch, ok, Seite wechseln, kurz auslockern, und wieder schön festmachen, und let's go, so weit wir können, rüberziehen, auch wenn es anstrengend wird, immer so weit es geht, ok, hier wieder einmal, zum Hüft heben, immer eine Seite, das andere Bein geht, hier mit nach oben, gerne auch gestreckt, dann ist es noch schwerer, und schön festmachen, von ganz unten, bis ganz oben das Bein mitnehmen, Hüfte bleiben stabil, ok, Seite wechseln, und wieder schön festmachen im Gesäß, let's go, erste Runde haben wir schon wieder fast, kontrolliert aus dem Gesäß arbeiten, ok, und wieder zum Überkreuzen, nochmal die Adoptoren leiden lassen, und hier, diagonal arbeiten, also das Bein immer unter Spannung, können wir gleich ein bisschen oben lassen, nicht ganz absetzen, wenn wir in diesem Radius arbeiten, ok, Seiten wechseln, letztes Mal, nochmal ganz fest, und let's go, kontrolliert, immer weiter, bloß nicht locker lassen, ok, und wieder zur Hüftbrücke, eine Bein voll stehen, das andere geht wieder ab, und wieder nach oben schieben, wenn ihr wollt, nehmt ihr die Hände noch über die Brust, dann ist das Ganze noch instabiler, höchste Stabil halten, nochmal drauf achten, baut es fest, und das geht, ok, Seiten wechseln, letztes Mal, nochmal ein ganz fest anspannendes Gesäß, und let's go, festmachen gleich nochmal eine weite Runde geschafft sehr schön nehmen wir den Wunschloch bringen wir nochmal eine Runde den Puls richtig hoch geben wir nochmal auch mit der Ausdauer richtig Gas wir starten den Jumping Check Knie zeigen nach außen hier wer kann kann auch gerne hier immer den Star Jump machen der ist nochmal intensiver würde ich sagen starte ich den Timer und let's go volle Power und let's go volles Tempo oder hier Start Up Zack zack Rekwento volles Tempo ganz wichtig komm mach mal richtig ausbauen zack zack ok dann gehen wir hier Mountain Sprinter ganz schnell Rippenbogen zum Becken Fauch fest und let's go zu schnellen können Vollgas lass die Funken fliegen 10 Sekunden noch dann hier boxen mit Skippings ganz schnell so schnell ihr könnt let's go zack 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 komm immer weiter so ich werde es nochmal hochziehen 5 Sekunden noch ok als nächstes hier Heinis immer schön die Knie nach oben ziehen und let's go Bauch ist fest so hochziehen wie geht könnt auch hier die Hände nebenher nehmen geht die Frequenz noch besser hoch 3 Sekunden noch ok und lösen Jumping Jack zweite Runde komm da geht noch was let's go holen wir nochmal alles raus hinmal schneller 5 Sekunden noch und wieder auf den Boden Mountain Sprinter gibt den Boden nur zum Becken Endspurt let's go 10 Sekunden noch komm zeig was ihr drauf habt ihr packt es 5 4 und nochmal boxen volles Tempo let's go Füße schnelle Hände noch schneller zack 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 komm volle Power volles Tempo immer weiter zack zack 5 Sekunden noch komm let's go ok kurz locker nur noch einmal Heimis dann haben wir es schon geschafft und Endspurt let's go zack 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 oder leg die Hände mit komm so schnell ihr könnt nochmal alles raus holen komm immer weiter 10 Sekunden noch die letzten 10 Endspurt immer schneller immer schneller gleich geschafft ok sehr schön mir geht die Puste Hundenzug nehmen dann machen wir noch einen Block ein bisschen Bauch ein bisschen Kudamm auf der anderen Seite haben wir es geschafft für heute ich starte das letzte Mal für heute Abend den Timer geht nochmal in Rückenlage legen wir gleich mit dem Bauch los und zwar hier einmal mit dem Bein heben und mal ein leichtes Abzenken und wieder nach oben kommen Ende gerne neben dem Körper zum Stützen unser Rücken bleibt die ganze Zeit auf der Matte nehmt die Füße gebeugt da dann ist es leichter oder gestreckt wenn ihr könnt ok dann einmal oben lassen und von links nach rechts hier und zur anderen Seite und let's go lassen wir den Bauch nochmal brengst noch mal los wenn wir noch die die nicht beim Vorderrein waren was davon aus machen wir hier noch einmal Bicycle Trances eben langsam kontrolliert macht euch fest Beine so weit gesprecht wie möglich unser Rücken bleibt auf dem Boden ok dann machen wir hier ganz normale Crunches hängen wieder so oder hängt schon den Kopf und let's go wenn ihr nicht mehr könnt nehmt ihr die Hände nach vorne zieht alles raus lasst den Bauch nochmal gut trennen und dann ziehen wir hier noch einmal hoch letzte Bauchübung und immer gleich mit den Fingerschlitten nach vorne zieht den Oberkörper so weit wie möglich hoch dass ihr hier eine hohe Spannung habt und dann zieht nochmal alles raus die letzten 10 Sekunden ganz fest machen das nochmal gut trennen dann haben wir es gleich ok dann hier einmal in Bauchlage dann gehen wir hier immer gleich hoch 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 und wieder zurück und wieder zurück ganz locker tief ein- und ausatmen und die Hände kommen von hier auf an hoch einmal wieder in den Stock gehen ins lockere Laufen hier lassen wir einfach die Beine ein bisschen auslockern Hände lächig nebenher laufen lassen tief ein- und tief ausdaten tief ein- und tief ausdaten ganz locker ganz locker und kurz ausschütteln dann gehen wir hier in der letzten Phase noch mal ein bisschen in die Rotation einatmen rechts und ausatmen tief ein- und tief ausdaten tiefe Atemzüge wieder runterkommen Puls runterbringen ein- und tief ausdaten ein- und tief ausdaten dann haben wir es mit Schaff sehr schön Bis zum nächsten Mal.